Guten Tag meine Damen und Herren, in dieser Demo möchte ich Ihnen als Ausschnitt aus meinem PHP mit SQL Server Webcast zeigen, wie man geografische Datentypen in SQL Server von PHP ausnutzt. Ich habe dazu eine Testdatenbank, in der ich einige Informationen habe, zum Beispiel Berge. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was mache ich hier? Ich lasse mir aus einer Tabelle Mounten, die ein Geografieobjekt hat, die entsprechenden Postleitzahlen geben, in denen das Ganze liegt, indem ich einfach eine Postleitzahlen-Tabelle mit der Geografie-Tabelle über Intersects ausführe und dadurch rauskriege, welcher Berg in welcher Postleitzahl sich befindet. Das nächste, was ich machen kann, ist nach Fläche das machen, zum Beispiel hier eben alle deutschen Postleitzahlen nehmen und die Fläche berechnen, dass, weil es Quadratmeter dann sind, durch eine Million Teilen, habe ich Quadratkilometer und bekomme also die größten deutschen Postleitzahlgebiete heraus. Zehn Stück. Sie sehen hier, Templin ist der größte Postleitzahl mit 848 Quadratkilometer. Ich kann mir im Managementstudio das Ganze auch grafisch anzeigen lassen, mit verschiedenen Projektionen, wie etwa Mercator. Ich kann auch angrenzende Postleitzahlen machen, diejenigen, die sich mit meiner alten Heimat-Postleitzahl 13189 entsprechend darstellen. So, hier haben wir 13189 und hier die angrenzenden Postleitzahlgebiete. Okay, so geht Spatial direkt, aber wie geht das Ganze jetzt in PHP? Machen wir ein einfaches und ein komplexes Beispiel. Das einfache Beispiel ist das, was wir eben schon mal gesehen haben. Diese Mondial Mountains ist genau die Abfrage, die wir eben gesehen haben. Ich verbinde mich zur Datenbank Mondial, rufe eine Stopped Procedure auf, die genau dieselbe Abfrage macht, die Sie eben schon mal gesehen haben und gebe das Ganze als Array in einer Tabelle aus. Das ist super simpel, gar keine geografische Darstellung notwendig. Ich gebe hier also eine Stadt ein, sagen wir mal, ich bin gerade in Berlin und finde dann die nächsten Berge von Berlin aus. Das heißt, geografische Berechnung ohne geografische Darstellung. Was ich jetzt noch habe, ist aus dem PHP on Windows Training Kit eine Demo. Ich gehe jetzt nicht auf den Code ein. Den können Sie sich selber herunterladen und angucken, wo man sieht, wie das Ganze deutlich komplexer wird. Hier verbinde ich nämlich ein Bing Maps Control. Das heißt, ein Control, was vorhanden ist, was Sie einfach verwenden können mit eigenen geografischen Daten. Nehmen wir mal wieder Berlin. Wir haben hier die drei Läden in Berlin. Ich kann hier auf die Informationen zugreifen. Ja, das sind Daten aus Adventure Works. Da steht zum Teil ein bisschen Quatsch drin, was die Bundesländer betrifft. Aber egal. Ich kann hier eben auch solche Dinge sehr einfach einblenden, wie Analysekreise oder Ähnliches. Das lässt sich mit diesem Spatial API wirklich wunderschön detailliert darstellen. Wer mehr dazu wissen will, zum Beispiel eben auch die Darstellung über Luftbilder oder Ähnliches, wer mehr dazu wissen will, der lade sich das PHP on Windows Training Kit herunter und arbeite damit.